Alles klar. Hier ist noch ein Potem. Wand nicht, ist okay. Er hängt mich genau hier vorne vor dem Ausgang auf. Machst du einen Ausgang auf? Ja, ich mache drüben den auf. Hakenback. Er hat gerade gebaut, Mann. Oh, fuck, Mann, das schaffe ich nicht. Der wird zu mir kommen. Nee, er facecampt. Witzig. Das Problem ist einfach runter zu haben. Ja, ich habe Glücksbonus drin. Bleib hier, Adi. Nee, sie ist raus. Schau, 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 schau. Was geschieht denn so? Raus, 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 raus. Die weckt doch nicht, geh doch einfach raus. Was geschieht denn so? Glücksbonus. Glücksbonus. In your face! Dein Glücksbonus. Ich muss das erst mal klippen an. Oh, Schmink, Spiegel und Haarlocke. Steht mir recht. Nexus erst mal als Kämpfer morgen. Du, Rixi. Ich brauch einen, der... Diese Scheiß-Killer-Vertäubung noch. Der campt. Äh, der, äh, farmt, mein' ich. Ich brauch einen Camper. Ich brauch grad sagen, äh, der hat doch gerade geklämt. Ei, Adi, du bist raus. Ehrlich?